Uhhh, uuhhh, ah ne 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 ne, sind Viecher Ja, wir müssen wieder da Hallo, hallo Rafi hat einfach scheiße und so nöt Naja, ist übrigens schon die nächste Folge Ach so, das ist schon die nächste Folge Ja, das ist eigentlich schon so beendet Ohne dir, einfach so Ach so, ist ja voll scheiße Tja Ja, ist ja voll kässig Ja, dann fühl ich mich jetzt eigentlich gar nicht involviert Ich bin jetzt weg, Jess Okay, true Herzlich willkommen zurück zu Skyrim mit Ohne Ja, ich bin doch wieder da Yay Voll unerwartet Dass du dich doch noch erbarmt hast Ah, ich bin voll, voll sozial, ich weiß schon nicht Ich bin nicht die soziale Seele in deinem Leben Das ist falsch Ah, Simon, irgendwie Witzigut Halt dich fest Nein 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 Nein, einfach nein Das ist meine Aufnahme Ich werde jetzt nicht meine Fresse halten Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen Aber stimmt natürlich Eigentlich hast du schon recht, aber irgendwie auch doch nicht So Kann ich jetzt Hm? Was gibt's? Willst du uns irgendwas mitteilen? Ja, wenn du weiter so böse zu mir bist, dann geh ich halt wieder Wenn du mich jetzt da haben willst Bist du nicht mit der Gesamtsituation zufrieden? Ich bin mit der Gesamtsituation zufrieden, ja Das Gefühl kenne ich nicht, tut mir leid Wer weiß aus welchem Film dieses Zitat kommt, bitte drunter schreiben Wer es nicht weiß, der geht jetzt in der Ecke und schämt sich Und schaut sich am besten den Film an Genau Wo er nicht weiß, wie er heißt Egal ob Engländer, Inder oder Deutsche Boah Boah Zwei Blaseroads auf einmal Jetzt hätte ich schon gedacht Du sagst dir irgendwas wegen meiner Ethnischen Digestellung Boah Nein, warum Pigman? Zwei Blaseroads auf einmal Kein Scheiß, Raffi, kein Scheiß Kein Scheiß Kein Scheiß Kein Scheiß Warte, können wir mal kurz schlafen gehen, ich will nicht immer beim Skydance spawnen Mein Knochen, wie? Nicht ein Knochen Mein Knöckel, mein Tisch Ich wäsch doch Dein mittlerer Knochen Mein Knöckel Dein drittes Bein Das ist kein Knochen Nicht, bei mir schon Bei mir schon Bei mir ist er schon so hart Knochen durchgehen Unglaublich, hoffentlich bricht er dann nicht Ne Knochenbruchgift bei mir nicht Du kannst doch die sein, Knochen, die voll elastisch sind oder so, gell? Jaja Wie aus, wie aus Ding aus Aus Harry Potter Ja genau, hast du auch grad dran gedacht Ja Und aus welchem Harry Potter Teil ist das? Ich glaube aus dem ersten, oder? Weißt du, Alter, du hast es grad nicht gewusst Doch Es ist der einzige Harry Potter Film, den ich gesehen habe Untergefangenen von Azkaban Aber da hab ich nur das bis zum nackten Werwolf gesehen Und da hab ich ausgeschalten Tja Nein, ganz ehrlich Du bist mir nicht nerd genug Ich geh jetzt wieder Okay Tschüss Nee, also mein bitterster Nerd-Moment in letzter Zeit war heute, gell? Ähm Ich wollt grad losfahren Geh so durchs Haus durch Und komm so am, 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 am Zimmer von meinem Bruder vorbei Erst schaut sich grad ein Film an Und ich hör halt einfach nur einen Satz Einen Satz, okay? So komplett aus dem Zusammenhang gerissen Und ich wusste sofort Das ist Herr der Ringe Oh Gott Die zwei Tüme An der und der Stelle Wo der und der Typ in der Szene sind Und der und der Typ das und das sagt Dass du dich nicht schämst Ich hab die Herr der Ringe Filme definitiv so oft gesehen Ich kann die auf Englisch und auf Deutsch kann ich da mit labern Ohne Scheiß Das ist echt krass Ich schäm mich doch langsam dafür Warum kommt da schon wieder Zombie-Pigman raus? Und warum greift der mich an? Ich hab ihm gar nichts getan Ja, weil ich ihn angegriffen hab Ja, aber ich bin noch nicht du Ja, und? Aber der unterscheidet nicht zwischen Insilenz und Uninsilenz Ja, stimmt Wenn er... Naja Wie macht man da einen Arcane Woodblock? Äh, musst du die im Dings machen Also Craft Ja, dann sollten wir langsam mal craften, oder? Ja, ich bin noch grad am Blazerroads holen Die brauchen wir auch noch Achso Wie lang dauert das noch? Genau noch Wie viel brauchst du? Wie viel brauchst du? Wie die alle hinter der Ecke gekannt haben Ich versuch mal in Snyder zu gehen und dir zu helfen, okay? Ja, tu das Viel Spaß beim Abstürzen Ich stürze dir gleich einer ab, oder? Nein, echt jetzt Aber nicht so hart, bitte Abstürz wäre schon geil Nee, jetzt nicht Ich hab morgen Schule Außerdem muss ich morgen mit dem Auto in die Schule fahren Müssen tust du nix Ja, stimmt auch wieder Ich will einfach Warum ist immer meine Hand weg, wenn ich ein Shard of Minium in die Hände nehme? Was? Was war das jetzt? Ich geh grad durchs Nether Portal durch In dem Moment kommt ein Zombie Pigment durchs Nether Portal und schubs mich hinten runter Runtergefallen Nice Alter Ich snipe den jetzt über die ganze Map No Scope 360 Weil du's voll drauf hast, so quasi, oder? Boah Ich bin einfach so baushaft Boaz Nicht der Saus-Baus, sondern der... Slame-Baus Lecker Baus So Kommt her Ich nehm euch alle von hinten Ich glaub das war ne schlechte Idee Hinten nehm Ich hab grad ein lila Standbild Ich hab grad ein lila Standbild Nice Auf dein PC, oder? Ja auf meinem PC Okay, dieses Mal, wenn du ins Nether gehst, dieses Lied erzeugt, das ist jetzt voll auf meinem Bildschirm. Nice. Sieht aus, als hätte ich so einen Schwurtlandbegründ. Okay, jetzt... Nein, PC, du hängst dich jetzt nicht auf. Kein Scheiß. Das brauche ich jetzt nicht. Ich muss gerade mit meinem Schatzi sprechen. Okay. Was ist mit dir? Ja, ich weiß schon. Ich habe auch nichts anderes angenommen. Na dann. Das ist ja gut so. Wenn du nicht eifersüchtig bist. Nee, bin ich nicht. Ich kann sowas wie Eifersucht nicht. Ich helfe dir, glaube ich, doch nicht. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber nee. Au, lag. So. Alter, wie viele Zombie-Pigmen da hinten schon wieder sind. Das ist ja ein richtiges Anal-Massaker da. Boah, jetzt zeigt sich mal mehr ein Error an. Es geht einfach aus. Nice. Okay. Gut, akzeptiere ich. Ich bin ja tolerant, ne? Echt? Das ist einfach anders. Schon immer, Alter. Schon immer. Weil ich es voll drauf habe. Hm, darüber könnte man jetzt... Streiten. Debattieren. Diskutieren. Eliminieren. Ah, die will ich raus nächstes Mal, okay? Ja. Alter. Alter, ich für Kitter war. Ok. Nein nein, Was? W documented. Warte, alter, 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 alter. Aghtiser. wenn ich ne Potion nehm, werd ich geraped so warte tp Fred, nein tp Hans Dampf Freddy auf ok ready wenn du bist ok warte ich seh's eh wenn du eingeloggt wirst glaub je jetzt achso ich muss tpx machen warte warte, nein chill, pass schon, pass schon, pass schon es läuft jetzt hätt ich dir helfen können das ist deine Entscheidung tu mir nirgendwo, es muss da einfach gar nicht sein ja schon klar tiii ich brauch nicht Spaß was good times du musst du dir du musst ich benutze ihn jetzt für decorating ganz sicher will catch on fire but will not be destroyed walsh a portable hole can go cannot go through these spots can be pushed by pistons making pay for some elaborate escape routes these block all reads blocks are researched with the magical building blocks also that blocks wachsen ja die haben wir gut 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 hast endlich genug ich glaube ich hab gleich genug das ist sauge ja 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 so ich glaube wie viel brauchen wir insgesamt wir brauchen zu viele sechs zwölf kann das sein zwölf ne nicht ne ok keine ahnung du musst researchen nicht ich ja du musst mal kurz schauen kannst du mal kurz zum endportal schauen und wie viele sockeln da so sind ich schau mal ich renne na klar da krieg ich jetzt wieder keinen raus ist klar ich würde so ein hässlicher Zombie-Pigman im Portal also das sind eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht dreimal dreißen viermal dreißen zwölf ok was war herbert wo ist in your face in your face place auch das reint sich ok ich hab genug ich hab 14 wir brauchen zwölf ja gut und das müssen wir jetzt mit ender mit enderpearls kombinieren mit eye of ender oder mit enderpearls und dann kriegen wir eye of enders raus und die müssen wir in das Portal setzen dafür brauchen wir iron und das müssen wir äh ja so weiß schon wie viele enderpearls brauchen wir oder wie machen wir sonst die jetzt enderpearls machen wir aus Eisen hätte ich gesagt ich will jetzt nicht enderman hunting gehen ok kann man das wirklich nur aus Eisen machen mit mini im stone ja ok ok willst du mal kurz hast du achso du kannst ja nicht ins nether ich bräuchte nämlich halt ja ich hätte gerade schon gekonnt aber du hast es mir veröffentlicht du müsstest jetzt die ganze zeit hin und her rennen als von der erste Siegert 1 das Brot und der Grund dieser Petli n Prozent das habe ich schon lange nicht mehr gehört das muss ich mir wieder an ein paar neue coolen Lieder m ich glaube ich muss man mal das neue Album holen so schon sehr krass einfach nur so zum Tuch n 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 na n vier Albert holen nicht okay dann muss ich der Koffie ganz viele Goldschwerte ja hol du ihr macht meinen Lime-Wool warum das das Yellow-Wool weil ich kann einfach mal ein paar Recipes nachschauen aus Minium Stone und Yellow-Wool du Nödel du Nödel du kriegst die wie ein Mann ich lach schon gar nicht mehr du lachst immer innerlich ich lach ich lach ich lach ich bin immer fröh wann war ich nicht fröhlich das letzte Mal außer heute vor der Wirtschaftsschulaufgabe heute vor der Wirtschaftsschulaufgabe ja hört mich nicht an nein I come in pieces in dem Fall vorgestern in der Wirtschaftsschulaufgabe stimmt stimmt aber die haben wir gerockt gell ja eben naja ein paar Fragen waren behindert aber ja wie immer und Schreibfehler ich hab sieben gezählt glaube ich ich hab fünf gefunden aber das ist irgendwie typisch Wirtschaftslehre hat unser Alter auch gemacht ja gut auf dem sind wir es gewohnt ja hat er nicht nur Schreibfehler sondern auch Sprachfehler dass du mehr Kaffee ertrinkt ist aber ohne Scheiße ja äh Penis boah der Zauberspruch hat funktioniert Alter du hast es voll drauf du bist besser als Harry Potter du bist sogar besser als Hermine Mann du hast bloß schönere Haare Ron und einen gespaltenen Windes hast du gerade mein Gold aufgenommen nicht gell ne ich hab aber noch ich hab ein Goldschwert noch dabei ganz zufällig falls du noch eins brauchst ja wirf einfach dann rein gleich wenn es brodelt ne ich geb's einfach dir ja du bist du 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 irgendwie fühle ich mich wie End der Laie der immer daneben steht vielleicht bist du das auch übrigens könnte sein dass hier gleich ne Menge Wisps bauen und so geht weil ich halt sauviele einfach freilass also sauviele du weißt schon mhm genau ich hab ein SMS gekriegt oh nein mein Handy sollte eigentlich awesome warum ist es denn nicht aus Simon weiß ich jetzt aus mir boah hat er nicht wirklich doch hab ich weiß einfach weil ich's voll drauf halberlo alter wie langsam sich das aufleert der starb ich glaub ich hab's kaputt gemacht da ist er auch fünfmal mehr drin wie in dem alten ja trotzdem da hast du meinen da passt schon muss halt aufpassen dass ich jetzt nicht zu viel auf einmal mach sonst würd ich dir nein ich geb dir einfach schnell meine nein was ja tschuldigung dann stirb halt ja warte oder doch gib her danke du kriegst meinen der lädt sich jetzt auch so langsam auf ich glaub ich hab irgendwas kaputt gemacht ich hab alle in der alle Dings verbraucht die ganze Energie ich frag mich auch warum die Silverwood Bäume nicht wachsen äh kannst du mal kurz nachschauen was die brauchen damit die wachsen der lädt sich gar nicht auf ja doch langsam ne 154 bis seit ungefähr fünf Minuten nein seit du mir gegeben hast was ob ich Silverwood Bäume warum die nicht wachsen kannst du da irgendwie im wiki nachschauen ich schau mal wiki hey hey wiki der lädt sich echt nicht auf ich mach mal wiki wiking mal wieder ja weil hm some craft bici die ja immer neue Energie bringen das wär halt schon ein bisschen sozial so und noch ein bisschen ok drei Enderpearlen haben wir schon mal das heißt wir haben ein Viertel wir müssen jedenfalls noch ein paar Zombies farmen gehen ZAAMBI boah da steht nix von irgendwie dass es sich langsamer aufladen wird ich den gerade zweimal über die ganze map geschossen hab was da steht nix von wegen er würde sich irgendwie langsamer aufladen da liegt halt daran dass keine Energie mehr da ist weil die nur durch die Silverwood Bäume gegeben ist da stehen so neue Quellen deswegen brauchen wir diesen Silverwoods Zeug eigentlich The Silverwood tree is a magical Thorncraft tree that according to the Thornmonicon has a natural resistance to magic and flux so trees cannot be burned down believe us we tried and usually has a pure aura node in its center or nearby as sometimes nodes merge which causes them to move Silverwood locks and leaves are quite valuable as the locks are required for a few recipes and have puros in them as do the leaves Silverwood trees are mainly valid for the saplings 0-3 per tree which can be planted to grow a new aura node because of this in effect there is no limit to how large of a node can be created via merging it is possible for the player to create super nodes from saplings Ney steht da nicht wie man das anpflanzt ney ich schau mal das Video an ney ich schau mal das Video an seh heee heee warum ist bei mir jetzt ehm bei Youtube ist auf einmal die 480p eh ney die gibt's nicht mehr ney die gibt's nicht mehr wieso gibt's sie nicht mehr ney weil Youtube dummes das ist doch mal voll behindert wer braucht 240p ney es gibt aber jetzt 440p gell ja ich weiß schon ney das ist voll behindert so für Termiten Internet also holz in das Internet mit Termiten da steht er nicht dabei wie man es anpflanzt sei mal ganz alt aaaah ich schau gerade das Video an den 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 es braucht ein Minimum von sieben Blocks ab zu grow und 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 ich will es 10 Blocks tall das habe ich bis jetzt also es wird auf jeden Fall nicht äh irgendwie doch irgendwas blockiert weil der so oder so wachsen wird derselbe Wood Tree okay der wächst doch alles durch anscheinend aber sonst nur auf Dirt oder? ja der wächst der wächst um alles rum irgendwie äh jetzt chill mal aber Bonemeal drauf benutzen nicht gell? ne er hat der hat der hat sie hat ihn grad gebonemealt aber nicht mit Bonemeal sondern mit so einer komischen lila Hacke mit so einer lila Hau lila Hacke oh schau ah Thaumium Hau Thaumium Hau kann man sich die machen? bestimmt jetzt bauen wir zwei Thaumium für das dürfte noch relativ leicht sein und Thaumium kriegt man aus Metallum Thaumium haben wir ja schon mal gemacht ja Präkantatio und Präkantatio haben wir wo drauf nochmal? ich hab's vergessen Präkantatio Präkantatio ist auf diesen ähm Greatwood Logs drauf haben wir da noch welche? bestimmt noch ja noch solche? ne ich nicht dass du dich nicht schämst da mach ich mal so eine Saumium Hau oder? ja mach mal das ist ein Holz und wenn nicht dann schau ich mir das Video einfach noch ein bisschen weiter an Greatwood bis es nicht funktioniert BAM BADAM BADAM also wir brauchen vier und acht das heißt sechzehn und acht sechzehn äh Iron also oder halt Metall und acht Vlogs sechzehn das heißt äh achtzehn na wie viel hab ich jetzt gesagt? sechzehn ja? sechzehn Iron ja das heißt wir nehmen Copper oder? ja nehm drei davon zwei drei gut was ist das? drei rein und acht jetzt hat sie mein Wand of the Adapt wieder aufgeladen oh man dieses wie ich warte du versuchst es was weiß ich hab zu viele rein getan egal äh Penis boah jetzt piss you ähm äh hat er das fallen lassen oh das braucht wir eh nicht da haben wir genug so dein Bauch hast du zwei Stickys ähn ja hab ich jetzt danke das sind vier jetz heul doch warten ich bin zu okay ich hab's willst du es machen ja ja, tu mal her also ich weiß nicht ob das Deal ist, die er da hatte bestimmt, ist ja aus dem gleichen Mod so Rechtsklick vielleicht das ist alles was die kann, ich hab Rechtsklick schon versucht also das ist nicht die Ho ne funktioniert nicht warte lass mich mal vielleicht hast du es ja nicht erforscht also vielleicht geht das bei dir oder nicht das stimmt das versuch's mal warte, wenn ich mir das Stabrechtsklick mach oh, okay okay, ich schau mir das Video weiter an oh man sonst gibt's keine andere Ho hier ne Diamond Ho, ne Ruby Ho aber weißt was, dann machen wir hier ein Päuschen oder machen wir es kurz auf Kamera, schauen halt kurz nach, oder? genau also dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und dann haben wir hoffentlich irgendwann auch mal hier unser Endpot haben jo, und tschüss Abonniert auf und dann aboniert glaube ich wir